ähm, ja ich möchte sagen, hier ist es verdammt ruhig, oder? es fällt mir jetzt erst auf ähm, ach so, ja oh, ups äh, ja, das war keine Absicht ich mach mal auf normal, oh das muss oh ja, jetzt geht's direkt los das muss irgendwie vom, ah, vom Testen gewesen sein alter waren da viele alter waren da viele, äh, Creeper ja, viel besser jetzt, mhm ja, das muss irgendwie vom Testen gewesen sein, tut mir leid das war keine Absicht das hätte mir natürlich ein bisschen früher auffallen können aber naja, ich wollte mich oh, ich wollte mich ja nicht beschweren ne, ah, jetzt ist hier direkt was los, auf jeden Fall, und guck mal hier wir haben sogar das Zuhause gefunden sensationell mehr zufällig als irgendwas sonst, aber naja so, können wir denn hier vielleicht mal kurz es müsste doch eigentlich gehen yo kein Problem, kein Problem ja, Enderman angucken ist vielleicht nicht so die beste Idee wie dem auch sei wie dem auch sei erstmal kurz umgucken äh, hier das wollte ich ja eigentlich machen wir machen jetzt einfach mal weiter wenn wir dabei sterben, dann soll es eben so sein hier eine Furnaze Furnaze tu ich mal hier hin ein 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 acht und einmal das ja genau und weil es so schön ist machen wir uns hier einfach mal ein kleines bisschen Licht zum Arbeiten so dann hacken wir einfach mal ein paar Bäumchen gut all right ja, was könnte man noch so in VR spielen das wird demnächst auch wieder relevant werden diese Frage aus gewissen Gründen äh, ich will ja nicht zu viel verraten aber ja wie, wie schon gesagt da kommt etwas von daher müsste ich mal überlegen was ich noch so zocken will ich sag mal so bisher war es eigentlich auch ganz nett mal äh es wird wieder Tag das ist sehr gut äh es war bisher auch nett einfach mal irgendwelche Indie-Titel oder irgendwelche kleinen Escape-Rooms oder so zu spielen es war auch schön kann man auf jeden Fall machen da kann ich mich mal ein bisschen umgucken was es auch so vielleicht kostenlos gibt oder für ein paar Euro das kann man ja mal mitnehmen ähm aber abgesehen davon war natürlich so ein Talos-Prinzip ich will nicht unbedingt dass er uns hier die Kiste wegsprengt ähm so ein Talos-Prinzip in VR war natürlich sensationell da wäre so die Idee aber da müsste ich mich auch mit Robert absprechen da wäre so die Idee ob ich halt äh Road to Ganner zocke ne also eigentlich haben wir gesagt hm vielleicht spielen wir das zusammen aber es ist natürlich es besteht generell schon das Problem dass wir uns nur so selten sehen kann der Creeper vielleicht mal antanzen Dankeschön ich brauche unbedingt einen Bogen ganz ganz dringend brauche ich einen Bogen und ich halte ein Fleisch in der Hand das ist blöd das ist jetzt ganz blöd äh warte mal warte mal warte mal äh ja ja jedenfalls wir sehen uns halt so selten deswegen das kann sich noch ein bisschen hinziehen und ob wir das dann in VR spielen würden das weiß ich auch nicht so genau der ist so klein so klein der Creeper hm naja deswegen wende ich mich an dieser Stelle mal direkt an Robert äh Robert was würdest du davon halten wenn ich Road to Ganner einfach mal in VR spiele so wie den letzten Teil von ähm Talos und wir da auf diese Weise halt irgendwie miteinander wenn auch nicht ganz so direkt miteinander rätseln vielleicht geht bis dahin ja das Talos Principle auch wieder auf deiner Konsole er hatte da so ein paar Problemchen mit der Shield Konsole nach einem Systemupdate dass da Talos nicht mehr lief aber daran soll etwas gefixt werden oder vielleicht ist das ja auch schon gefixt und daher vielleicht hat er ja auch Lust dann ähm das DLC selber zu spielen beziehungsweise genauso wieder parallel zu spielen wie wir das halt bei Talos Principle gemacht haben das war eigentlich ganz nett konnte er mir auf jeden Fall hier und da mal einen Tipp geben und andersrum auch also ich hab da auch ein paar Sachen gefunden die er wiederum nicht gefunden hat und so lief das halt parallel eigentlich auch ganz cool vor sich hin ich hätte auf jeden Fall Bock ich hätte große Lust äh Talos noch ein bisschen weiter zu spielen vor allem in VR ja vor allem in VR eigentlich will ich da gar nichts anderes ja ja das war schon richtig richtig schön von daher müsste man sich mal schwer überlegen was man da macht so einmal kurz konzentrieren ich brauche ein bisschen Werkzeug äh ein bisschen Werkzeug und zwar ist mir gerade die Axt kaputt gegangen wo hab ich das Iron hier so einmal so okay dann geht's vielleicht auch ein bisschen schneller mit den Bäumen hier ja dann machen wir einfach mal alles platt nur so wie der Mensch das eben macht mit der Natur sehr klar so dann hoffen wir mal dass die Natur sich hier verpieselt dass sie auch ordentlich despawnt natürlich und dann kann der Mensch sich hier ausbreiten so funktioniert das nämlich ja und dann äh boah vielleicht machen wir uns hier einfach mal weißt du schon einfach dafür dass man hier wirklich was sieht von dem was wir hier bauen dass man auch halt von einigermaßen weiten äh schon sieht wo man hier hin muss wo der Nullpunkt ist äh würde ich hier einfach so ein kleines ein kleines Häuschen aufstellen und vielleicht im Kellergeschoss dann ein Lager machen aber jetzt nicht irgendwie mega aufwendig oder so sondern das relativ easy peasy halten das mit dem mit dem Berg das hat letztendlich irgendwie nicht so geklappt ich frag mich warum eigentlich nicht ich war irgendwie so motiviert das mal auszuprobieren zunächst irgendwie vielleicht war der Berg auch zu klein oder so also ich musste schon relativ schnell feststellen das hat sich da irgendwie fünf Meter fünf Meter ja fünf Blöcke in den Berg gebastelt in den Berg gegraben und kam schon auf der anderen Seite wieder raus das war irgendwie so ein bisschen blöde wenn man wirklich viel mehr Platz hätte um sich da wirklich auszubreiten ist vielleicht besser gegangen was ist das hier was ist das hier am Rand von dem Holz warum ist das so komisch war es schon immer so ne das war doch das war doch nicht immer so das müssen wir doch nicht erzählen ich mach hier mal das ah das Blattwerk weg ach so dann geht das auch weg das ist ja interessant soll das Schatteneffekte sein oder was hm ich weiß es nicht komisch könnt ihr mich ja vielleicht mal aufklären ob das jetzt einfach in der aktuellen Minecraft Version so ist wobei ist die jetzt eigentlich noch aktuell hab ich jetzt gar nicht so geguckt das ist die 112 2 wenn mich nicht alles täuscht ist ja auch inzwischen wieder paar Monate her seit ich hier das VR Setup gemacht hab für diese Version hm ähm ich hab grad im Vorfeld noch ähm Mystcraft sehr spontan abgedatet obwohl wir jetzt noch gar nicht in der Welt drin waren und so da hat mich Forge auch gewarnt dass irgendwie zwei Entitäten fehlen würden ich weiß nicht genau wo und wie und was irgendwas mit eat me und drink me oder so ähm da war ich jetzt ein bisschen verunsichert ob ich jetzt irgendwas in der Welt kaputt gemacht hab oder so ich hab einfach mal gesagt ja ist okay mach mal weg diese Entitäten in der Welt ich weiß allerdings wirklich nicht was ich damit getan habe vielleicht hab ich jetzt alles kaputt gemacht kann auch sein wobei ich mir auch nicht sicher bin ob das jetzt Entitäten waren die irgendwie zu Mystcraft gehörten als irgendeine andere Mod die jetzt inkompatibel ist auf einmal so ich bin hier irgendwie am am hacken und am hacken und ich achte gar nicht so darauf wie viel ich hier eigentlich schon erledigt habe und was für eine Reihenfolge aber ist ja eigentlich auch ganz gut einfach ein bisschen vor sich hin quatschen und diesen öden Job so an sich vorbeiziehen zu lassen kann man auf jeden Fall machen funktioniert eigentlich ganz gut ist natürlich die Frage ob wir jetzt hier wirklich alle Bäume auf diesem gesamten Berg abkloppen müssen oder nicht das ist hier eigentlich so das oberste Plateau also die Bäume würde ich auf jeden Fall mal wegmachen wollen ob wir dann die in der Richtung da unbedingt wegkacken müssen ja weiß ich nicht aber für die schöne Aussicht wir können uns dann ja theoretisch immer noch irgendwelche anderen Bäume hierhin pflanzen natürlich vielleicht auch schönere vielleicht nicht ganz so vertrocknete von daher können wir das natürlich auch mal machen hier wir könnten uns theoretisch auch ein bisschen TNT nehmen und alles ein bisschen naja spektakulärer machen aber weiß nicht hinterher ist irgendwie ein riesen Loch im Berg und dann ist auch irgendwie keinem geholfen sind schon so einige Bäume naja ich konzentriere mich mal ein bisschen auf die auf die Bäume hier in der Nähe von diesem Plateau ja den hier am Rand würde ich auch gerne entfernen ja und dann bin ich mal sehr gespannt ob das funktioniert hat hier mit der Soundaufnahme ich hoffe es gucken wie lang es dann dauert das Zeug runter zu kopieren von diesem Aufnahmegerät hier ist leider ein USB 2 habe ich im Vorfeld gar nicht drüber nachgedacht dass das ja ein Faktor sein könnte ein unkomprimiertes Wave über eine gewisse Zeit aufgenommen das kann schon mal ein paar 100 Megabyte groß sein naja aber gut das macht man dann einmal das kopieren kann es ja einfach nebenbei mal machen dann ist auch wieder gut Hauptsache es funktioniert ordentlich Hauptsache das Gerät ist zuverlässig ich habe jetzt halt hier kein Feedback ob das Ding tatsächlich aufnimmt oder nicht ich kann es nur hoffen dass es in meiner Hosentasche jetzt gerade am Aufnehmen ist na gut andererseits andererseits hatte ich dieses Feedback vorher auch nicht da hing auch halt irgendwie mein Mikrofon an einer kleinen USB Soundkarte am Headset dran vom Headset aus ging es dann in den Rechner rein natürlich zusammen mit den ganzen anderen USB Signalen von der Vive was ja auch irgendwie anstrengend genug war dann ging es wie war da der Weg über ASIO4ALL irgendwie in Jack rein von Jack übers Netzwerk zum Aufnahmerechner und da in Reaper rein da hat er dann aufgenommen wobei mich dieses Setup auch nie im Stich gelassen hat also es hat eigentlich auch immer sehr zuverlässig funktioniert kann man eigentlich nicht meckern andererseits könnte man argumentieren dass es jetzt einfacher simpler sein sollte dieses Setup und deswegen auch hoffentlich stabiler wobei ich habe mal geguckt es ist ja so wenn man sich neue Hardware holt das ist eine einzige Katastrophe wenn man sich neue Hardware holt dann muss man einfach grundsätzlich man muss grundsätzlich meiner Meinung nach grundsätzlich als allererstes nach einem Firmware Update gucken in aller Regel ist die Firmware also zunächst einmal ist es jegliche Hardware die man heutzutage kaufen kann mit jede Menge Software ausgestattet in jedem Dreck in jedem Dreck in meiner Tastatur ist ein ARM Prozessor drin und entsprechend läuft da natürlich relativ viel Software drauf die auch relativ viele Bugs haben kann selbstverständlich und von daher egal was man sich kauft zum Beispiel mein AV Receiver oder halt die Tastaturen oder jetzt eben auch dieses Audio Aufnahmegerät oder ein Drucker oder was auch immer hat halt eine Firmware und ich halte es für ein Good Habit halt als allererstes mal nach einem Update zu gucken und ja bei diesem Audio Device hier bei dem Aufnahmegerät ist es halt auch so dass es jede Menge Firmware Versionen inzwischen gab wobei die neueste Version irgendwie von 2017 ist und die ist da auch schon drauf gewesen jetzt startmäßig der Punkt ist aber dass wenn man sich die Release Nodes mal anguckt von den ganzen vorherigen Versionen dann sieht man halt dass da irgendwie zehn verschiedene Versionen rausgekommen sind innerhalb von kurzer Zeit und ungefähr bei jeder Version steht halt so etwas sinngemäß drin wie Zuverlässigkeit verbessert während der Aufnahme oder während das Gerät läuft und da fragt man sich natürlich so ein kleines bisschen okay ihr habt da jetzt irgendwie schon zehn verschiedene oder 20 verschiedene nicht näher spezifizierte Fehler oder Unzulänglichkeiten was die Zuverlässigkeit angeht gefixt bei der vorherigen Version wie viele Fehler sind denn da jetzt noch vorhanden kann man sich halt schon fragen wobei ich halt hoffen würde dass das Gerät jetzt so weit geschliffen ist um es mal so zu sagen dass da jetzt halt nicht mehr so viele Fehler drinstecken mir fällt gerade etwas ein bevor ich da weiter rede wird es schon wieder dunkel und ich habe mich natürlich null mehr um ein Bett gekümmert ist jetzt ein bisschen blöd weißt was ich gehe mal eben ein kleines Stück einfach in die Richtung bis wir irgendwie auf Gras Landschaft stoßen und hoffentlich auf ein paar Schafe jetzt hätte ich natürlich gucken können ob das auch die Richtung ist von unserem Häuschen und unserem Berg weil zur Not könnten wir uns natürlich auch da das Bett abholen das ist eine Möglichkeit natürlich natürlich hätte ich jetzt auch den Kram mal ablegen können was war das ich dachte das sind hier Schafe aber nein nicht so sehr da ist Sumpf aha und hier spawnen natürlich schon die Zomboiden das ist ein bisschen blöd ich komme gleich noch mal wenn ich dran denke auf das Thema Firmware zu sprechen weil da gibt es auch noch andere Storys die ich habe ich will aber mal eben gucken sollen wir ein bisschen übers Wasser gehen ich komme da ja irgendwo an da ist Sand tendenziell Wüste behaupte ich ja das ist nicht hilfreich ein bisschen die Richtung ja was ist das da sind das Pflanzen ich glaube es sind nur Blumen ja 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 okay Schweine könnte ich theoretisch auch mal mitnehmen tut mir leid aber bei der Gelegenheit ja so von ja vom Biomen her sieht es eigentlich nicht schlecht aus das ist also den Kollegen brauche ich jetzt gerade nicht nicht zwingend warum habe ich den Shit nicht mit genommen habe ich überhaupt gerade geguckt ob wir vielleicht noch Wolle haben ich glaube schon falls nicht dann tut es mir leid da ist ein Reiter da ist ein auf einer spinne reitender Skeletoid schiebt aha natürlich warum nicht hier sonst keine freunde finden dann tun die sich eben auf diese weise zusammen ist ja auch schön kann man ja auch nichts gegen sagen so da sind ganz viele Schweine und Skeletors aha und ein verseuchter ja ja der hat sich auch angefreundet hier mit den falschen mit den falschen Kumpels so äh ja hab jetzt nix gesehen hier in richtung scharf da 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 die spielen aber grad mit dem Creeper das ist ja nicht so gut ja oh ich hab da ich hab da ein ganz mieses Gefühl wo ist der Creeper hin das ist jetzt die Frage wo ist er hin ich sehe ihn nicht aber das heißt nicht zwingend dass er nicht da ist aber auf jeden fall ja da ist er ja so das schaf ist aber schon beschädigt oder komm schaff mir das mal kurz ja 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 haben wir das mal eben gucken zwei davon und light grey ich hoffe das ist kompatibel ich bin mir offen gesagt nicht sicher aber ich ertrinke aber ich hoffe es mal so und hier geht's glaube ich ja ja irgendwie in die richtung genau hier ist sumpf haben wir eben gesehen und hier ist krams hier sind leutz ja hätten wir jetzt mal kompass ne aua aua passt aber wir haben noch nicht wirklich viel hunger wenn überhaupt na jetzt ein kleines bisschen ganz kleines bissl ja dann mangels eines kompass wert ich glaube ich mal eben auf die koordinaten gucken alter hier ist so viel los moment kurz hier irgendwo irgendwo hinstellen ähm im overlay genau ja ja müsste eigentlich sich bald auftun hier das könnte es sein ja ja ui einmal einen sprung machen ja hier meine flügel will ich wieder haben ne ich glaube ich ercheate mir die wie wär's wir haben ja schon einmal ganz ganz legitim natürlich eigentlich die ganze season one lang uns äh die flügel erarbeitet oh ne ne also den elitra meine ich natürlich von daher wär ich jetzt glaube ich auch nicht abgeneigt uns die einfach wiederzuholen weißt du so darf ich vielleicht mal kurz ja genau also wiederholen und einfach ein bisschen Spaß haben hier mit den flügeln fände ich eigentlich ganz geil gerade in dem biom hier haben wir ein paar berge von denen aus wir starten können was meint ihr dazu erlaubt ihr mir das ich kann natürlich mal alibi mäßig fragen ob ich das dann mache oder nicht das ja ich sag mal so ich sehe das mal nur als richtlinie an was ihr dazu meint aber ist natürlich umso schöner wenn man es offiziell erlaubt kriegt sag ich mal nein das ist nicht kompatibel ihr wollt mich verarschen ihr wollt mich komplett flaxen oh warum habe ich das eine scharf nicht noch mitgenommen nein 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 das darf nicht sein ich will das nochmal verifizieren eben indem ich warum bietet warum bietet er mir nicht die doch das keyboard an jetzt ist da äh bed hier einmal irgendwie keine ahnung irgendein bed ist mir eigentlich egal hier white bed genau white wool nein weil die jetzt bunt sind oder was ach come on das darf doch nicht wahr sein weil die blöden betten jetzt bunt sind muss das übereinstimmen boah ist das fies man kann hier jetzt auch die entsprechende eingefärbte wolle benutzen oh ist das blöd das ging doch mal könnt ihr mir das bitte mal bestätigen dass das mal ging ist das albern hör mir auf und ich hab hier einfach keine es hilft ja nix es hilft ja nix wir brauchen noch ein schaf ein weißes natürlich oder halt noch zwei graue light grey natürlich das ging doch mal dass man die gemischt hat als die betten halt noch naja einfarbig waren wo es halt noch egal war was für eine farbe die hatten jetzt war ich mir zu sicher was das angeht ist das blöd aber naja gut wir wissen wir wissen doch ungefähr wo die schafe waren oder da so ein bisschen da übers wasser und dann da ungefähr das ärgert mich jetzt müsst ihr mir jetzt glauben das war keine absicht ist natürlich viel material für auch gezockt und so ja ja aber nicht absichtlich guck mal hier ist auch grün ja auf jeden Fall einige schweinchen noch ein bisschen futter bisschen wegzehrung finden wir die vielleicht wieder ist das schon hier ja ja hey das funktioniert ja heute erstaunlich ja ja der blöde ich ertrink hier komm ran komm ran ja ja das bremst du ein bisschen war auf die fresse ja ich glaube wir schlagen auch nicht so kräftig zu habe ich das gefühl im wasser so wo ist es denn nun schäfchen schäfchen nein 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 habe ich es eingesammelt Moment mal gucken ja habe ich gut jetzt wird es wieder Tag aber egal früher oder später brauchen wir selbstverständlich das Bett und vor allem würde ich da gerne einmal drinnen schlafen weil ansonsten spawnen wir ja sonst wo so wir gehen mal eben zurück kann ich vielleicht noch kann ich vielleicht noch pennen wenn wir da ankommen äh eigentlich eher nicht jetzt ist schon sehr hell doch äh 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 äh